Hier sind wir bei Xbox, da könnt ihr euch mal angucken, wie man hier abzappeln kann, was keine Mensch auf der Welt braucht. Sieht auch sehr super aus. Du kannst ja mal da vorne das Skelett zeigen, da sieht man auf dem Bildschirm, wie die Kinect sich zieht, hast du ein Body bekommen, du hast ein Skelett, ja geil, klappt alles voll super mit dem Erkennen. Das kennt man ja auch schon von der Pressekonferenz. Weiß ich nicht, wann wir so gefuchst haben. Das klappt ganz toll, aber was bringt mir das? Das bringt mir, dass ich Tankspiele spielen kann. Und, ja, ne? Also, man wartet schon fast. Also für uns eigentlich ein bisschen uninteressant. Ein bisschen ist gut. Also, soll er immer noch eine Runde tanzen? Das Witzige ist, dass wir uns eigentlich jetzt irgendein geilen Spiel hier angucken wollten. Ich meine, okay, für mich gehört natürlich Forza dabei. Ansonsten muss man sagen, hier hat man so schöne Demo-Dinger. Da hinten kann man irgend so einen Card spielen. Und da ist eigentlich nur so kleine, ja, so Gammelspiele. Also, keine richtig, richtig Dependent-Titel hier. Bei Playstation sind wir rumgelaufen, boah, lass da hin, lass da hin. Was passiert? Ja, hier fehlen irgendwie die Titel. Also, ich geh mal noch ein bisschen suchen. Bin immer noch nicht so ganz sicher, ob man hier irgendwas finden kann. Also, hier haben wir den nächsten Punkt, der bei der Xbox so geil ist, ne? Wir haben jetzt mal gesammelt. Man kann Football gucken. Ja, Juhu, interessiert in Europa, in Europa interessiert halt eigentlich keinen Schwanz. Ähm, ja, Football. Ja, Fußball, ich glaube nicht, dass sich Fußball bei uns durchsetzen kann, weil Rechte sowieso... Ja, die sind ja vergeben an Sky und T-Home und hast du nicht gesehen. Und ich glaube nicht, dass Xbox sich da reinkaufen wird. Wobei ich sagen muss, ich würde gerne noch lieber Damen-Tennis dann sehen. Ja, also als Football würde ich lieber Damen-Tennis haben, weil... Da gucke ich lieber Golf. Da gucke ich lieber Golf. Ja. Wenn Dennis und ich ja mal Golf spielen waren, ähm, ist das auf jeden Fall spannender. Golf. Ja. Aber... Hier haben wir natürlich Halo noch auf der anderen Seite. Okay. Ah ja, der Film. Ja, super. Hey. Ach nee, stimmt. Das war ja die Serie. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ja geil, da können die Fans letztendlich mal wieder, äh, hier Halo, ne? Zocken und so? Ne, ist nicht. Aber, ne, ist ja, ist ja nur die Serie. Tja. Aber wir haben Forza gefunden. Ja, wir haben Forza gefunden. Ähm, finde ich persönlich total geil. Ähm, ist für mich auch, ehrlich gesagt, habe ich ja schon hundertmal erzählt, der einzige Exklusivtitel. Ja, Halo, Leute, ähm, Pech gehabt. Auch nur gucken. Ist nur Cookie, Lucky, Forza stehen ein oder andere an. Der Trailer ist ja bekannt. Aber es gibt irgendwie, hier gibt es nur Forza, dann dieses Fernsehscheiße, Halo und mehr, das wart schon fast. Also, ne, ist irgendwie... Ja, spiegelt meine Emotionen wieder, die ich zu Xbox One habe. Exakt. Leute, macht es besser. Genau, wenn ihr mich nicht seht, hier sieht man die Tanz- und Entertainment-Konsole, äh, Spiele, ja. Battlefleet würde halt laufen, aber das, das läuft auch auf dem Rechner. Und sieht schon ziemlich awesome aus. Da waren wir ja für, äh, Peter war ja dafür in Schweden. Ja. Bei DICE. Ja. Ähm. Und ich finde, ich finde, es sieht... Der letzte Teil sah schon geil aus. Und wenn man da jetzt schon wieder Licht-Effekte oder was sieht oder raucht, ohne Scheiß, sieht geil aus. Ja, dann haben wir noch die Xbox. Alle haben sich gewundert, ah, die ist eckig total hässlich und bla, und hast nicht gesehen. So, da dürft ihr dann in Zukunft vor rumhampeln und, äh, abzappeln. Ja, wir machen es wahrscheinlich nicht. Ne. Es sei denn, wir haben irgendwie mal einen lustigen Abend und machen mal Tanzen. Ja, das kann sein, dass wir uns eine holen, so für Just Dance oder so, aber ich hole mir keine. Da haben wir dann, äh, den Limbo-Klon, wobei ich mich bei solchen Sachen auch nicht so weit aus dem Fenster hängen kann, äh, weil ich nicht weiß, vielleicht sind ja die Macher dabei. Ja, kann natürlich sein, dass das die Macher sind, aber... Eben. Limbo war ein geiles Spiel, weil gab's vorher noch nie so und jetzt kommt ein Spiel, was, ja, sehr ähnlich ist. Wir suchen gerade immer noch die, die, äh, coolen Games, äh, aber irgendwie, da hinten ab der, da ab der World of Tanks. Ja, Moment mal, aber Rise, äh, lieber Sepp kennen wir noch, als wir, als wir, als wir, ne, Moment, da warst du gar nicht mit. Ha, 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 ha. Hab ich schon mal gesehen, als wir in Frankfurt waren, äh, Sepp war da leider nicht bei, das sieht extrem cool aus. Damals durften wir noch nichts davon verraten, weil überhaupt noch nichts bekannt war. Ja. Wir haben die Grafik von den, die, die, die Anzüge, wie metallisch das auch wirklich aussieht, das finde ich total geil. Ja. Bist mir gerade voll einer drauf ab? Ja. Ja, hinter uns ist irgendwie, äh, der, der, der Sicherheitsmann, der die Leute hier wegscheucht, aber nicht mit mir, mein Freund. Das sieht schon extrem geil aus. Ich muss sagen, endlich mal ein Titel, der auch noch neu ist. Ja, stimmt, da sowas gab es, so römische, römische Armee, gab es doch. So nicht. Der ganze, auf der, auf dem ganzen Stand, auf dem wir hier rumgelaufen sind, der erste Titel, der neu ist, den ich cool finde. Ja. Ja. Wobei das ja relativ Xbox 1 unabhängig ist, also kann man das auch woanders spielen. Ist du sicher? Ja, meinst du, das ist eine... Ich weiß nicht, ob es exklusiv ist. Werden wir dann sehen. Ja, gut. Der Junge, verzieht das mal ein Bild. Ja. Aber das mal ist... Jetzt möchtest du den weg. Bäm. Ich prob, wie geil das aussieht. Es sieht aus wie Assassin's Creed, nur mit geilen Römern. Zack. Da ist dann auch mal schnell Feierabend. Da bin ich wirklich gespannt auf Assassin's Creed, weil wenn das schon so geil aussieht, dann muss das ja, weil Assassin's Creed vom, vom Kampfsystem sehr ähnlich ist, dann müsste da eigentlich ähnlich Geiles rauskommen, oder? Ja. Bin ich mal gespannt. Vielleicht sehen wir es gleich noch. Die Coolisten sind auch schon ziemlich cool. Muss man einfach mal sagen. Ja. Alter Vater. Wie die Banner da auch wehen, die sehen schon ziemlich cool aus. Hinten die ganze Stadt am Brennen. Also für so ein Setting bin ich ja sowieso immer zu haben. Ja. Zack. Da da einen reingekriegt. Bäm. Bäm. Also von der Combo ist es wie Assassin's Creed, nur dass du die Buttons noch drücken musst. Bei Assassin's Creed macht er ja alles automatisch. Ach so. Aber so vom, vom Kampfsystem... Ich dachte schon, er hätte sie fast wieder in Sepp rausgehauen, nur dass ich muss halt kämpfen und nur die Buttons noch drücken. Bei Assassin's Creed läuft das ja alles automatisch. Du musst nur noch fight, 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 blocken, fight, 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 blocken, fight, 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 fight. Ach so. Das ist halt einfacher bei Assassin's Creed. Ich bin ja nicht der Assassin's Creed Zocker. Ich weiß auch gar nicht, das Mikro schlägt die ganze Zeit aus wie blöde, ob wir da irgendwie total rein wollen, aber hier ist ja auch E3 und wir sind, äh, wir sind ja aufgeregt. Und hier ist ja auch laut, du musst ja uns auch abheben von der Masse. Ja. Also, Fazit bis jetzt, wir haben noch eine Ecke vor uns, äh, wir haben ein Spiel auf der Xbox One gefunden, was cool aussieht. Ja, was wirklich cool aussieht. So, hier, äh, bei den WLAN-Netzwerken, ich brauch nämlich gerade mal Internet, um, äh, ein bisschen Scheiß nachzugucken. Die Scheiß-Kamera-Stelle, so, jetzt. Good Guy Playstation, muss man ja einfach mal sagen, äh, ist so das einzige Netzwerk, was hier offen ist. Ja, und was uns ermöglicht, äh, hier geilen Scheiß zu teilen und Sachen. Ja, ich muss ein paar Sachen nachgucken, weil da ich nicht wieder ganz so viel Scheiße laube. Aber Xbox erstmal hier, dick Passwort, bam. Gewinnig. Ja, wahrscheinlich haben die es einfach nur gesichert, damit ich jeder Bob reingehe und das Passwort ist Xbox oder so. Oder Go Home. Hahaha. Go Home. Ja, ja, du sollst nach Hause gehen. Ist auch, ist eine klare Ansage, nix E3, geh nach Hause, warpiss dich. Ja, also, äh, die Ecke hat nichts Neues mehr gebracht. Fazit vom Xbox Stand, ähm, wo wir gerade hier sind, fangen wir an mit Rise. Rise sieht cool aus, wobei ich nicht weiß, ob es Xbox exklusiv ist, das wollte ich gerade nachgucken. Genau, das war immer was. Ähm, Dead Rising 3 gab's in der Box und, äh, Battlefield 4 gab's in der Box. Und, oder nicht Filmen. Ja. Also, uninteressant für uns. Für euch auch, leider. Ja, die ganzen anderen Spiele, die waren, also Forza und, ähm, ja, Battlefield haben sie noch gezeigt, die sahen cool aus, waren aber auch wieder nur, äh, Fortsetzungen. Und der Rest, Leute, war crap. Also, so richtig, seit ich gesagt hätte, boah, guck mal, da so wie Last of Us, yeah, so'n megageiles Spiel. Ja, und bei Last of Us ist ja für Playstation 3. Ja, meinte ich ja. Bei Playstation ein bisschen rumgelaufen hast du gedacht, boah, bam, das sieht voll fett aus und hier läufst du rum, boah, bam. Ach so, vom Stand her, ja, ja, ich dachte, du meinst jetzt, äh, bezogen auf die Playstation 4. Also, das, keine Ahnung. Hat Xbox irgendwie verkackt, finde ich, den Stand. Der ist auch, der ist auch irgendwie kleiner. Ja, die haben ja nichts. Und dadurch, dass nichts da ist, haben sie auch gesagt, da brauchen wir nur den halben Stand. Ja. Gehen wir weiter? Gehen wir weiter.